Geht's eh? Ich glaube, es geht. Jetzt geht's. Ich füge ihn bald auch noch mit. Meinst du, ja? Ja, wenn du das auch rot leicht. Das ist cool wie bei dir natürlich. Wir probieren jetzt, ob das 4 zum Schluss geht. Geht eh? Gut, danke, dass du so viel rausgegangen bist. Jetzt kann man schneiden.